Ja, wir haben uns heute zur Aufgabe gemacht, den Krepelder Bürgern und Reisenden ein klein wenig Erfrischung mit auf die Hand zu geben und verteilen daher Trinkwasser hier vom Hansa-Haus am Hauptbahnhof an die Fahrer der SWK und an alle vorbeilaufenden Krefelder Bürgern. Wichtig sind natürlich die Tipps, sich relativ lange im Schatten aufzuhalten, dann haben wir ausreichend Trinken, vielleicht auf eine Kopfbedeckung zurückzugreifen, als auch körperliche Anstrengungen zu vermeiden. Wie ist das für Sie bei der Hitze jetzt hier zu arbeiten? Anstrengend. Anstrengend? Ja, es ist wirklich anstrengend und die Konzentration ist auch nach, weil man schwitzt einfach und es ist warm und man isst mit sich selber und der Wärmung ist. und beschäftigt. Vielen Dank. Super lieb von euch. Gerne. Schönen Tag euch noch. Auf so, danke euch. Wir können euch nicht weniger.